...konzert, 25 Jahre, Firebirds mit Rockestra im Admiralspalast am 14. November diesen Jahres. Kommt vorbei, im Einzelnen hat euch ein, am Piano, Alexander Tastetai. Und im Rock'n'Roll-Gitarre, Crossy Fun Friday. An den Saxophonen, Henning Plankel. Am Bass, Konrad Schüppel. Und an den Drums, Guido Gänsel. Und unser letzter Song, den spielen wir uns von meiner Mammel-Gitarre, Mr. Jack Berry. Wir kennen ja alle, Johnny Beagle.